Ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu G-Force Agenten mit Wissen. Ähm, Training und Zabberling und FBI ist... Der Warnzeit explodiert bei Berührung. Das Eis schmilzt und in der Nähe befindliche Feinde... Au. Au. Ja, wir befinden... So, was genau möchte das Spiel jetzt von mir? Okay. Hab's rausgefunden! Wee! Sehr gut. Ich muss mal mit dem Bolzen-Geezer arbeiten, hab ich gemerkt. Jetzt wieder ein Beißen. Woher, genetischer Enderhaken? Aua! Frech! Aua! Okay, den muss ich erst ausschalten. Scheiße, jetzt werd ich getroffen. Woher? Woher? Okay, der hat's angestellt. Woher? Okay, der wird geschützt. Oder irgendwas. Biss. Nervig! Na, komm. Sehr gut. Hat man das gehört? Das war der Controller, der vibriert hat. Ich dachte schon. Ich dachte schon, wo ist er hin? Okay. Funktioniert. Sehr gut. Was jetzt? Oh, warte. Schübs. Schübs! Ähm. Achso. Winde, sabba. Mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Ey. Ja, nee. Bei Gegner gestremd, da kann ich da auch nichts für... W-Wo schmeißen die mich raus? Was ist das jetzt für? Okay, da muss ich... Da muss ich aufpassen. Oh, bitte, Darwin! Oh, bitte, Darwin! Geht das für mich? Nein. Ganz offensichtlich nicht. Okay. Geht weg. Lasst mich. Ab. Pui. Aus. Weg. Sitz. Platz. Oh, ich hab keine Munition mehr. So, Abkürzung geschaffen. Winde sabbar. Ich sag nicht, ich finde. Es ist nicht dein Ernst, oder? Es ist die scheiß Tür einzufrieren. Dein Ernst? Feuer. Ah. Da. Ey. Okay, du willst mich jetzt aufreißen, oder was? Kannst mich mal. Scheiße. Das nicht dein Ernst. Ciao. Wie ärgerlich. Ich war mir sicher, dass dich das aufhält. Aber egal. Ich habe für jede Eventualität vorgesorgt. Du bekommst Besuch. Jetzt. Weg. Er meint, das hält mich jetzt auf, oder was? Mach's Maul auf. Boom. Tschakalaka. Achso. So einfach? Ja, was soll das denn mit diesem hässlichen Kram? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, ne? Auch ernster. Wait. Ich schätze mal, der ist nicht umsonst da. Wo spiegelt der sich? Spiegelt der sich hier drin? Ja, okay. Der spiegelt sich da drin. Ich würde mich gerne bewegen, Garwin. Danke. Ey. Sag mal. Wo ist es hin? Beeindruckend. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Ich muss zugeben, dass du meinen Herausforderungen bemerkenswert bist. Aber wieso sollten wir Gegner sein? Saugst du dich wirklich um jenen, die schlecht behandeln? Ja, ja. Du wirst ihn brauchen, wenn wir zu Saber wollen. Hör, nehm, 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 nehm. Okay. Beschaffe die Flammenwerfer-Disk. Ah, die letzte Waffe. Ne, 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 ne. Wir wollen jetzt hier aber nicht, ne? Hier jetzt, ne. Können wir das mal bitte sein lassen? Dankeschön. Ist es denn wahr? Das ist unfair. Verpiss dich. Keiner mag dich. What? Keiner mag dich. Mein Gott. So. Ist es denn wahr? So. Neues Upgrade erworben. Schade. Hä? Die ist in der Wand, oder was? Okay, da komme ich nicht mehr lang. Achso, die ist ja nicht mehr lang. Komm nicht da rein. Kann ich fragen, da? Ah. Ach. Ich hinter dem bleibe. Sieht ja mich. Ne. Das ist jetzt nicht passiert. sehr gut. Sehr gut. Okay, der geht also immer im Kreis. Sehe ich das richtig? Oh ne, jetzt ist die da drin. Oh nö. Oh wow. Tolle Burg an mir. Wie komme ich da ran? Mit nem, mit nem Dingens. Die höchste Sicherheitsstufe gilt ab sofort. Sehr gut. Der Flammenwerfer ist nun am Automaten. Okay, kann es sein, dass ich hier nur rauskomme, wenn der Roboter... Ne. Ne, okay. Ciao. Und was macht man jetzt, wenn man sich die, die ich da... sich leisten kann? Oh. Es kostet nur 100 Chips. Verschießt einen Flammenstrahl, der Feinde in Brand setzt und Hindernisse aus Eis schmilzt. Gut. Arbeit, Darwin. Der Flammenwerfer wird das ganze Eis hier schnell schmilzen. Jetzt hol die Schlüsselkarte hin. Unsere letzte Waffe. Ich hasse euch. Ihr seid mal ne Hassgegner. Der hässliche 6.02 Wecker und diese komische Kaffeemaschine. Im Film fand ich die cool. Keiner mag Wecker. So, was haben wir hier eigentlich? Was wurde dabei schon? Gut. Geht zum Fahrstuhl. Was? Wollte ich auf Schlüsselkarte. So, war das mit ihm? Was hat er sich da mit aus? Achso, die ist aus Holz. Nice! Okay, jetzt möchte ich ja immer mal den Flammenwerfer ausprobieren. Na klar, ich meine. Na, natürlich! Achtung, heute Abend um 22 Uhr findet eine Routine für die Überprüfung des Fahrstuhls statt. Ah. Okay. Schlüsselkarte? Nice. Das ist doch mal ne nützliche Waffe. Da geb ich dir absolut recht, Darwin. Warum hab ich das Ding inaktiviert? Egal. Geht's in Fahrstuhl, Kontrollpunkt? Ähm. Ich mach's den Kontrollpunkt gerade mal, okay? Gut. Ähm. Wir haben ja ein ziemliches Problem. Schüss. Okay, wait. Marschloch! Wer sich denn hier drückt? Aber das Ding nähert sich gar nicht. Okay. Okay. Äh, okay. Opfer! Äh, nein. Nein, 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 nein. Okay. 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 Oh, da geht das auch. Nice. Na, 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 na. Mut, jetzt hier. Keiner das Spiel. Na? Ja, na? So. Wollen wir jetzt kurz macken kratzen. So. Achso. Oh, nee, nicht hier schon wieder. Alter, oh, nicht du Oh, die bringen nochmal alle Gegner, ne? Klar, natürlich Naga? Naga? Oh, ich hätte mir hier Hilfe verschaffen können Oh, Meno Oh, das ist dafür da, wenn man zu viel mit dem Feuerwerfer spielt Oder Flammenwerfer, meine Geht mir her Kann ich dir vielleicht ein bisschen beschäftigen Guck mal, da hinten bin ich Guck mal Guck mal So, mach Ist gut jetzt So 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 Ey, 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 ey Gehe zum Fahrstuhl Okay Alalalalalalala Was haben wir denn? Moment Danke Sehr nett von dir Einfach ne Todesfalle Alles eisgekühlt Das krieg ich rein Äisgekühlte Macaroni Muss ich in die andere Richtung Okay Erstaunlich Der Fahrstuhl bewegt sich tatsächlich Gut Ich verbinde dich mit Sabers Fahrstuhl Schaff ihn sofort ins Erdgeschoss Mr. Saber Mr. Saber Hier spricht das FBI Sie werden ihren Fahrstuhl befreien Und ihn dann ihn unterbringen zu Ja Kann ich den Fahrstuhl Und zwar schnell Du, Herr, wer ist das? Klingt, als würde ich mit Saber reden Irgendwer im Gebäude hat das Funksignal übernommen Und deine Stimme digital kopiert Die Handschuhe kann sich auf was gefasst machen Kannst du dich da reinhacken? Leider nein Ist stark verschlüsselt Oh, da ist ich habe Sabers Fahrstuhl frei bekommen Mr. Saber Mr. Saber Hallo, hören Sie mich Sie müssen runter ins Erdgeschoss Mr. Saber Hören Sie nicht auf diesen Betrüger Begeben Sie sich sofort zum Dach Nein, Mr. Saber Vertrauen Sie mir Es ist Janshu, der da spricht Sie müssen runter ins Erdgeschoss Das ist eine Falle, Mr. Saber Hören Sie nicht auf ihn Ein Hubschrauber ist gerade unterwegs zum Dach Da ist kein Hubschrauber Mr. Saber Tun Sie es nicht Genug Ich fahre rauf aufs Dach sofort Sagen Sie dem Hubschrauber Ich bin unterwegs Okay Das war jetzt Nicht gerade sehr imposant inszeniert Da ist Saber Er tabt direkt in die Falle Jetzt war ich gar nicht Auf dem Fahrstuhl Im Fahrstuhl Hä? Bin ich? I don't know where I have to be Wo muss ich denn Hallo spielen? Wo? Spielen? Achso Hä? Wo muss ich denn hinten? Kann mir jemand verraten Wo ich hin muss? Alter Saber Okay, die kann ich nicht mehr benutzen Ist das gewollt? Ja, ich bin nur dumm Entschuldigung Entschuldigung Ich hab mich für dumm gehalten Aber nicht für so dumm Oh, er wird festgehalten Ah, Opfer Kommt jetzt zum finalen Kampf It's the final countdown Wie das Spiel einen noch mal ordentlich aufheilen will, ne? Okay, kann ich aber nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Gut. Munition. Äh, wartet. Achso. Oh, Nanohacker 1000, ne, das brauche ich nicht. Abwohl. Ich hab's ja. Ähm, falls was krasses auf uns zukommt. Bolzengewehr. Saber sitzt auf dem Hubschrauber Landefeld fest. Das wird verdächtig still. Marvin, nicht schießen, bis wir da sind. Ich glaub nicht, dass uns Zeit bleibt. Wünscht mir Glück, Leute. Okay. Was genau wird passieren? Schracken. Ah, willkommen, Meerschwein. Und willkommen zu meiner kleinen Überraschung. Eine letzte Falle. Ohne Fluchtmöglichkeit für dich oder Saber. Und alle meine Haustiere sind so begehrig dabei. Okay. Gut, dass ich meine Waffen aufgefüllt hab. Aber ich schätze, ich werde hier andere Munitionen brauchen. Habe. Alter. Boah, das ist so sozial. Ich bin gleich tot. Toll. Ah, 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 ah. Boah, jetzt steht er wieder. Ist doch nicht wahr. Oh. Ja, beiß mir doch in den Allerwertesten. Noch wenig. Ich hab Ultralight. Mist. Bin der Controller nicht schon so alt, ja, ne? Ja, Lukas, jetzt ist es wieder der Controller. Ja, ist es. Es ist immer die Technik. Es ist nie der Spieler selbst. Ich bitte euch. Das wär doch langweilig. Oh, nicht der Rechner. Och. Aber ausgerechnet der Rechner. Wird's nicht der Mixer sein können? Ich mag den. Und dann auch noch zwei. Ja, okay. Ich konzentriere mich erstmal auf einen. Oh, okay. 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 Das ist, das ist, das ist, das ist kacka. Das ist, das ist kacka. Das weiß das schon nicht gerade. Ich hab schon geschossen. Oh Gott. Mamma mia. Ja, einem gleich droht. Hört doch mal auf, mich festzuhalten, ihr kleinen hässlichen Viecher. Das ist ja anstrengend. Boah, die halten aber auch viel aus, ne? Hab ich so das Gefühl. Stirb, Alter. Das ist ja nicht so laut. Komm. Dein Gehäuse bringt dir auch nix. Schlechte Komponenten bleiben schlechten Komponenten. Klar, oh, ich kenne das. Oh, bitte. Okay. Okay. Ja, ist okay. Gegner gespamme ist kein tolles Finale. Gegner gespamme ist einfallslos. Was? Wie, da kommen neue. Achso, nee, ich hab hier nur nicht genug. Komm her, lieber. Komm her. Mach dich alle. Komm her, ich hasse euch. Oh, wie nix. Oh, oh, oh. Du, wie würde es jemand wie du ausdrücken? Zeig, was du kannst! Durch! Aber du auch! Stell dich! Maulwurf! Oh, ihr seid so nervig! Ich, Gottes Willen, ist das nicht wahr? Bitte stirb einfach! Himmel! So, was kommt jetzt? Wenn ich hier Game Over gehe und das nochmal machen muss, dann... True! Okay. Weil da könnte er recht haben, wir sind nirgendwo Minen oder... ...nirgendwo Minen, sondern, ne? Ah! Sehr gut! Boah, ist doch nicht wahr! Ey! Ey! Ist doch... Jetzt hab ich mich um... Hab's nicht aufgespringt! Du kannst diese Mikrowellen nicht zerstören, weil sie immer sind! Ist doch nicht wahr! Was im Auto, Alter? Oh. Finale. Hm. 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 Gut. Freunde, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao. 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 Ciao.